Die Felsenkirche in Idar-Oberstein ist einer der schlimmsten Orte, die man sich bei der Feuerwehr als Brandherd vorstellen kann. Steil und unzugänglich. Aber die Einsatzkräfte im Nahestädtchen sind fit. Das bewiesen sie gestern in diesem Übungsszenario. Unterhalb der Kirche brennt der Wald. Der Rauch zieht überall hin. Vier Menschen sind vermisst. Direkt anfahren geht nicht. Insgesamt 400 Meter Schlauch müssen verlegt werden. Die körperliche Belastung ist hier ganz extrem. Durch den langen Anmarsch für die Feuerwehrkameraden und Kameradinnen. Und ja, wie soll ich es beschreiben? Das ist wie Hochleistungssport. Ein Glück, wenn man da dann einfach nur Opfer spielen darf.